Moin und viele Grüße aus dem Techenhaus. Ihr habt bestimmt alles schon mitbekommen, am 25. April sind wieder Landratswahlen hier bei uns in Nordwest-Medienburg. Und den Landrat darf man schon ab 16 Jahren wählen, also könnt auch ihr mitbestimmen. Damit ihr die Kandidaten schon mal ein bisschen besser kennenlernen könnt im Vorfeld, haben das KUPA Wismar und der Jugendrat Nordwest-Medienburg zwei Treffen organisiert, an denen die Kandidaten euch Rede und Antwort stehen. Jetzt wollen wir auslösen, welcher Kandidat an welchem Treffen mit dabei ist. Und das wird Paulchen für uns übernehmen. So, einmal schütteln. Mal ziehen. Hast du? Ja, ja. So, die Spannung steigt. Der erste Kandidat ist Jörg Bendix und wird am 13.04. mit dabei sein. So, dann bitte nochmal. Paulchen, ja. Mal reingreifen. Gut. Hast du? So, ihm wird, also mit ihm wird dabei sein, die aktuelle Landrätin Kerstin Weiß. Gut, dann haben wir noch zwei Leute im Topf. Die sind am 15. dementsprechend mit dabei. Möchtest du noch ziehen? Ja, zieh mal mal raus. So. Am 15. freuen sich auf eure Fragen Timon Wilke. Und als letztes. Dankeschön. Und mit dabei ist Tino Schumann. Okay. Okay, also final. Am 13.04. erwarten euch Jörg Bendix und Kerstin Weiß. Und am 15.04. Timon Wilke und Tino Schumann. Wenn ihr noch Fragen an diese vier Kandidaten habt, dann könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Und wir hoffen, ihr seid dabei und freuen uns auf euch. Schönen Abendbedarf noch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.